hi meine liebe freunde und willkommen zurück zu einer neuen frage von let's play super major maker 2 ich hoffe euch geht es gut uns geht es sehr gut wir sprechen mit dem tod den ausgebild vor seiner fresse hart ich frage mich wirklich oder rote tod steckt er soll sich nicht wundern wenn ich ihm den lohn kürze er ist doch dort denn das ist dort nicht dumm owe owe es gibt ein problem mario das wichtigste ist eine panik zu vermeiden also dies bitte einfach das hier der rote tod wurde entführt alle müssen wir den spaß wiederholen ja das bekommst du hin ins weltall wurde er entführt ob wir also der ex die musik er das ist kindheit pur ich habe mich an die schönen alten zeiten mein genux ist fein das habe ich dann sogar mal als der eben durchgerust gehabt als let's play das verliebt vor dem achten so ein spiel ich kann das alles gar nicht so früh erstmals hier und ich echt auf eine der erst auf den nintendo ds gespielt erst hatte ich den ersten ich hatte die mir dann 3d ist so hässlich ja was ist das denn was bitte das denn was ist das denn was in der tipp was ist das hobby ja ja in der mesegalexies fight was go lost in zwei streams das ist doch der toad nein ich hab auch echt jetzt ich flipp aus mit dieser schwerkraft das ist nicht meine schwerkraft bin ich dumm ja bin ich spaß immer wir tun es zu den alten Videos in der Rundsau der Klo was war es damals nur von kleiner Spastiker ich weiß heute war das ja nicht gut weil ich die wahrheit gesagt hat krasse festgemacht ist da warst du ja ich bringe die echt nicht geile qualität es war jetzt um die sei aber gott 18.07.2017 das ist übermorgen vor zwei jahren krass spaß Nein Nein und springt in die Scheiß einfach wenn ich morgen möchte so auf Supermachon gespielt wir können das Blät alle Münzen gesammelt wurde ich auch alle schwarzen müssen mann ich lebe echt aus echt jetzt vor dieses scheiß spiel es ist echt aus doch mal ein leben nein krass ich habe in der zeit bloß und so viel das place gebracht das ist heftig was der ex das hat so wie viel wie das habe ich insgesamt auch manzelle seitdem ich das gleich noch 106 doch das ist mir jetzt ist es bitte drückt sich das ist krass im jahr zum alten wieder zu sehen von wie es die Qualitäten so ist positiv verbessert sieben sind sie auf was soll einer von Prozent was hat sich aufrufen hat das kosten die aufgrund meiner vollkreis das Video hat was hättest du 5.543 und das hat halt einfach über 100 da hat 100 likes zu einem mit 45 kommentare irgendwelchen leuten die dich konzentrieren posten weil ich da selber sehr gut erklärt die man hier auf das kommt kommt man installiert discord das ist doch meine volle alte endcard habe ich mir erst mal mühe gegeben mit meinen videos das ist aber heute nicht mehr es gab nicht meine scheiß checkpoint echt jetzt eine römer jetzt sind da es ist aber komm das hast du jetzt das hast du ich bin sicher so ist jetzt hier hast keinen bock werfen weil du immer meinen namen sagst vielleicht werde ich nicht nachdenke also jetzt der kopf sagen jetzt zeig ich dir wie der hammer hängt sagt dir auch nicht immer dein namen halt doch und so ein weniger werde ich dafür nicht umbringen ey Sebastian ja das ist ja vielleicht doch nicht so geil aber zum ersten Punkt wird vom versuchelang alter erzeugt die einfach Glash of Glance oder sowas oder Glash Royale beides einfach nur sterbe scheiße Müll alles okay mit dir was ist alles okay mit dir das Level ist Müll 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 nachher übrigens die Auflösung ich konnte gerne einen Kommentar schreiben was ihr denkt wieviel Videos ich noch mal ein Sandel hab nachher kommt die Auflösung nach dem Level man versteht doch einfach wenn die deine umgeben auch kurz suchen auf YouTube doch alter Hurensohn was steht das da oh schau mal ich mir blau und dort okay so gerne gleich da bist du wieder warum ja weil ich sage dass du das Game Over habe weil du nur bist nicht weil du nur bist weil ich proben wenn du nur bist und du nur bist es fällt jetzt immerhin hier wo der Hammer hängt ich bin 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 Ja, aber du kannst mal die Spezie da vom Tisch holen. Also da hinten die Cola-Mix. Mit dem geilen NES-Test, der übrigens selbstgemacht ist. Also der, was da oben drauf ist. Ah, du sagst es echt mal, der ist immer toll. Meinst du? Ja, ne, ich mach es definitiv auch bald. Aber ich muss davor noch paar Sachen machen. Weil ich bin ja noch nicht fertig mit dem, so wie es jetzt aussieht. Jetzt machen wir noch ein paar Sachen, sind im Sommer fern. Weiß man, hol ich mir einen neuen Greenscreen, den man an die Wand dran macht direkt. Weil dann hat man hier... Das soll man nicht machen, du sollst echt auf den Jungs drauf springen. Und dann hat man hier hinten auch mehr Platz. Und ich mach noch mehr Stuff. Und... Wie wär's, wenn der Cola-Mix mal nicht direkt vor dem Bildschirm stellst du, dass du nix seh? So rein theoretisch. Ist das mein Glade? Ähm, da ist gestern, du kannst etwas trinken, ich hab kein Lippenherpes. Und ich hab's nur von der Vorderseite benutzt. Was war der Kling? Äh, Cola-Mix. Cola-Mix. Alter, wie soll dieser Teil hier gehen? Oh no! An diesem Teil fällt es immer. Trist du mir? Nö. Du bist mir so nah gekommen. Oh no! Ihr solltest an die Riesma. Alter, Hurenspast! Oh no! Oh no! Oh no! Ach! Der nächste Feeling! Mal, dann rülpst der wieder rum der Sahne. Du hast du auch, bevor wir getreten haben, vorher hat er gerülpst. Ja, bevor wir getreten haben! Aber man rülpst uns im Dreh, im Video. Mal. vorkommt wurde im wiederholen zu sehen das ist eine sache die nennt sich schneiden dann hört man den Rülps nicht ja aber es soll ich alles auslachen wie du rülps deshalb außerdem ja ich werde bald wieder mehr schneiden also was eigentlich was bei eben nur noch live streams dann werde ich überhaupt nicht mehr ist ja ich glaube ich will aber jetzt eher auf live streams langfristig gesehen umsteigen weshalb ich eh nicht mehr fürs leiden wäre also dann halt kaum noch videos machen werden was willst du denn streamen? ja halt alles mögliche weil streamen finde ich geht easier und einfacher als live streams streamen geht easier als live streams passt ja als aufnahmen hallo mann an dieser stelle fällig immer ja scheiß haufen ne hallo was oh ja du hörst mich du hörst du auch so wieviel geiler Witzen ihr maghaus hat wir maghaus hat 1720 videos ich los nicht mal so weit und das ist eher heftig Vergewaltige ist die gerade ja wie schaffst du es darüber how do you do this it in dem ich du hast doch nicht mehr skills als ich hier machst du das ich glaube es nirgends speedrun du hast den tod verloren du hast tod verloren spring doch das hat mir das wo ist einfach tod dieser spass geblieben hat gar bock mehr gehabt auf das bis dich vergewaltigung Da ist der kleine Spast. Ich glaube der wurde von so einer Maschine gestreift und dann weggequert, aber dann weggequert, aber dann weggequert, so nur. Oh, jetzt, jetzt ist Tod gerade am Tisch. Ja, aber woher fliegt der denn hin? Mann! Tod, du Spast. Wenn man Tod von Gegner getroffen wird, ist der alte auch hartkommend. Du kannst du das, Ex-Level. ihr könnt ihr entzündet das hat er hat mehr das ist inzwischen die Höhe wir wollten dort gerettet wo auch niemand freut sich die brauchen münzen was heißt es wurde 1500 mit 1100 dann müssen wir noch ein paar aufgaben machen ich werde das 3d wird ja genau so oh mein Gott es ist 3d wird da gibt es ja ein paar gummies Musik ist heftig. In der Tat. Ha! Triggered. Oh Spaß. Spast. Spastika. 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 In alte Videos von mir nein . Ich musste. Aber dieser Typ ja wieder so wie er es genannt hat. Werde. Gamer fights. hat aber fünf jahren das letzte mal wieder aufklaren das ist der namen da heißt weil aber auch als user mister lass die jahre also keine ahnung was er von uns möchte es hat auch was man nach vor allem hier ist wenn man hier so will es kurz suchten so ist schon die Strecke ist nicht so gut da mit die Führung der Köln steht hat gibt es zwei mit er ist ein Fies darf gemacht haben und so witzig immer kurz und wenn es künftig der der war krass der Adventskalender die verdienter wenn sie mal Weihnachten immer so ein Michael Projekt jeden Tag gemachten die als Dezember über das wäre was für dich gewesen mein Mann ist es das ich mache ich so können das macht dies ja eventuell auch wieder ja wieder sieben Monate her sieht man mal also ist so krass wie viel ähm Spassen alle DT Gamer Couch ist sowas das ist jetzt etwas mehr als ein Hobby geworden was was ich bin ich bin das kann ich mal sehen von Minecraft ne das brauch ich ne ne Eckst bald hast du mein erstes Video überhaupt gesehen das ist auch ein Vergewaltigung pur aber das war dieses hier geschlafen ich glaub ich werde es auch nicht hören ne es ist auch besser sind nicht so gut das ist dieses hier mein lieblingsspiel habe ich damals als allererstes als play gebracht das war einfach am dritten zweitens 2016 gibt das mal und jetzt haben wir 2019 dieses voll lang her alter schuss dann überlegt mal was seitdem alles getan hat ins positive das ist so krass wie es will welche serie wurde am meisten angeschaut nicht wie die sind sie das muss ich war willst du jetzt soll ich noch mal spielen nicole du dir ist ich glaube es gibt danach im dach noch eine sache zu bauen ich glaube es auch so aber das dachbauer ist erst mal es gibt nein oh schon mal diesen ganzen sie müssen doch alle spielen ja es hat neu vielleicht nicht ganz und macht da nichts kann sie noch mal so zum zocken kommen irgendwann vor sommerferien bei der mit der zeit ist nichts mehr los in der schule doch ganz ganz viel einzeln krass dafür wirklich nur noch zwei wochen haben bis zum sommerferien gibt dir das mal das ist eigentlich doch nicht so gut die nächste woche mit der war der form aus dem sie mit dir zum sie mit dir wieso i hier ich seh ich mag den sauntag voll boah habe ich es geht deshalb bist du lieber da ist der mond der ist böse also wie die sonne bei tag leveln aber ich finde überhaupt diese nacht level die gab es doch davor noch nie ja und jetzt passt das ist eine krasse neuerung der wm mario becker 2 teil und die bei mir wie fett und krass vielen neues die da sollten wir auch heute neigebrüllt haben ein ein level bone würde ich halt eigentlich erst machen wenn wir die story durch haben das und das mal sagt uns wie der heißt anstatt mir die ganze zeit in der grund also es treibt mich nicht rum es kann machen muss aber ich machen geschrieben mein gott das das sie wieder sind das sei die 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 ich liebe es gut Falsch spüren. Ich glaub da hat ein Hund gebildet. Eventuell. Echt jetzt, mir fehlt einer. Echt jetzt. Verarsche. Achso, kommt er wieder her. Was ist das hier? Da kann man wieder hochgehen. Irgendwie sieht der vielleicht auch nicht so krass möglicher Manns, das wär aus. Hast du 27 von 25? Wie schon. Es gibt mehr als 30 insgesamt. Lull. Was ist das hier? Willst du jetzt spielen? Ja, ich bin mal wieder am Nächsten. Allerdings erst im nächsten Part. Aber erst im nächsten Part. Das kann ich auch sagen. Nee, kannst du nicht. Aber erst im nächsten Part. Ja. Und jetzt zieht mal deine Jacke wieder an. Nee. Los, zieh deine Jacke an. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. So. Tschüss. Doch. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.